Richtige Summerfeeling mit bis zu 28 Grad steht uns in den kommenden Tagen bevor, denn wir sind weiterhin beeinflusst durch eine kräftige Hochdruckbrücke, die sich von der iberischen Halbinsel bis weit nach Osteuropa erstreckt und uns alle Tiefdruckgebiete über dem Atlantik vorerst fernhält. Und die Strömung, die zeigt auf Süd und bringt uns sehr warme Luft. Erst am Donnerstag streift uns eine schwache Front, aber die Warmluftzufuhr, die hält an, es wird also wärmer und wärmer. Am Dienstag sind dann aber doch schon einige Nebelfelde dabei, die können richtig zäh sein, vor allem hier im Südosten. Hier im Osten geht das Ganze tagsüber in Hochnebel und dann in so lockere Quellwolken über und am freundlichsten ist es nach Südwesten hin, im Nordwesten sind ebenfalls ein paar Wolken dabei, aber die Temperaturen, die steigen an auf 21 bis 26 Grad, nur unter dem Nebel, da kann es stellenweise knapp unter 20 Grad kalt bleiben oder mild, wie auch immer. Und wer in den Flieger steigt, der ist selber schuld, denn wir erwarten viel Sonnenschein und auch sommerliche Tageshöfstwerte. Am Mittwoch bis zu 27 Grad im Osten, die Nebelfelder werden sogar wieder seltener, ein paar Wolken sind im Westen dabei, aber auch da ist es angenehm warm. Tja und am Donnerstag ein ähnliches Spiel im Süden, in München bis zu 28 Grad. Da wird man dann also wieder selbst auf der Wiesn richtig ins Schwitzen kommen, in den Festzelten und es bleibt weiterhin trocken, denn diese Front, die von Nordwesten reinkommt, die ist schwach und bringt nur ein paar stärkere Wolkenfelder. Tja und auch am Freitag geht es im Süden noch sonnig und sehr warm weiter. Tja und Coast Tja und automatisch